Hallo und herzlich willkommen wieder bei Die Selbermacher. Ja, es ist der 23. März 2015 und ich hänge eigentlich ganz schön hinterher, was so die Frühjahrsbestellung angeht. Ich wollte euch trotzdem einmal zwischendurch schnell mal zeigen, was wir gerade uns neu gebaut haben. Ist relativ einfach hergestellt worden, aber es soll einfach einen Zweck erfüllen und es gibt es auch ganz billig schon zu kaufen, aber ich finde, das ist nicht das Gleiche, deswegen zeige ich euch einfach, was wir uns gerade fertiggestellt haben. Ja, einmal merkt ihr das auch schon, ein Insektenhotel, konstruiert, konzipiert. Nicht allzu groß, aber doch ausreichend um sowohl Wildbienen im Ohrenteil als auch Insekten, Hummeln, Florfliegen, Ohrenkneifer, Marienkäfer in Platz. Ich bin gespannt, wer sich da alles einlistet. Wird jetzt die nächsten Tage angebracht, in einer Höhe von ca. 2 Meter werde ich das an einen Stammpfosten bauen, anschrauben und dann euch immer berichten, welche Nützlinge sich im Garten dort so ansiedeln werden. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, abonnieren kostenlos, nicht vergessen, schreibt mir einen Kommentar rein, wenn ihr eine Idee oder eine Anregung habt. Ansonsten war es das Video, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen die selbe mache, ciao!